hallo liebe youtube freunde hallo liebe freunde meines kanals willkommen zurück zu einem opening leider hat heute einer meiner bildschirme die hufe hochgerissen neue grafik hat er eingebaut dann das ok anderes thema ich muss das leider vorab aufnehmen und jetzt nach sprechen moderieren wie auch immer ist war jetzt nicht so gerne gerade nicht bei so einem opening kommen ist ein 6er wir hauen ihn raus wir haben ja schließlich die chance unseren guten sind wir uns zu trinken zu erwecken und wenn die chance besteht wie ein bisschen heiß drauf insofern konnte ich jetzt auch nicht erwarten einmal hatte ich 10.000 fünfstellende scherben den gratis kristall gab es ja kürzlich noch nicht gleich mit durchgejagt und ja das ist der punkt an dem wir jetzt sind indem wir in das opening reinspringen ist ein bisschen blöd mit nur einem bildschirm so eine aufnahme zu machen das recht anstrengend weil es mit mehreren gewohnt bin aber ok muss man durch wir hauen hier den gratis kristall einfach mal raus spinden ihn durch dann gucken wir uns mal an was bei rauskommt ist ein bisschen traurig das ist schon weiß schon mal wieder weiß herauskommt ist ein neuer fünf sternen champion braucht man jetzt nicht unbedingt den lieben gambit ist was für arena ich bin über jeden neuen champion dankbar also auch über den kommt was solls wird schon werden dann die scherben die wir zusammen gesammelt haben gleich auf es bin mir gleich noch mit durch soviel vorab das läuft ein bisschen besser wenn auch nicht der traumkandidat aber es läuft besser drücken drauf wir gucken was passiert es bleibt stehen bei morningstar voll cool erste mal jetzt erweckt jetzt hat er dann auch ihr volles potenzial jetzt könnte man sie theoretisch auch in die dev stellen allerdings habe ich keine mystischen steine mehr die sind alle in anderen champions gewandert na gut ist trotzdem eine prima sache ich kämpfe auch sehr gerne mit ihr erweckt macht natürlich mehr spaß weil weil halt während der sechs sterne hier spinnt das war ein drama erst mal das batterie und dann achtung gleich kommt er bleibt stehen bei symbion supreme nein ganz 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 fieses rollover auf karnik den sinnentleertesten champion den ich kenne hättest du nicht stehen bleiben können das wäre so toll gewesen aber hätte hätte fahrradkette sind wir wieder bei dem thema mhm wei oh wei oh wei gut symbion supreme ist rang 2 ist auch eine prima sache erwecken werden wir ihnen schon noch früh oder später auf die ein oder andere weise mit ein bisschen geduld klappt das schon einen vorteil hat das ganze und darum sehe ich dem auch ein bisschen entspannt entgegen ich habe jetzt einen sechs sterne champion mehr den ich in der arena verwursten kann sprich bringt halt einfach auch mehr punkte was mehr punkte bringt bringt bessere belohnung was bessere belohnung bringt na ihr wisst was ich sagen ich danke euch für zuschauen eure aufmerksamkeit macht's gut bis bald mal wieder